Willkommen bei Brunner. Wir dürfen die ganze Woche hier sein. Kurz ein paar Sachen zu Brunner. Brunner ist eine der grössten Möbelwanderfaktoren in Deutschland. Viele Handarbeitfertigungen, die wir machen. Unter anderem dürfen wir hier ein neues Modell zeigen aus der agilen Arbeitswelt, wo wir versuchen, den Ansprüchen der Mobilität in den Arbeitsplätzen gerecht zu werden. Hier haben wir ein ganz neues Modell. Das nennt sich Boards, bestehend aus einem Wagen. White Boards, die man natürlich beschreiben kann. Die Fortsetzung wird magnetisch mit Tischhocker und Arbeitsplatten in verschiedenen Holzeichen, Buchen oder Felixplatten. Im Hinterbereich haben wir auch so eine Wahl. Besuchen Sie uns im Degersheim Hero 23, Stand Nr. 15. Danke.